Ah, Armour Truck. Als ob wir da jetzt nicht irgendwas machen. Fliegen da auf jeden Fall noch hin. Hat sich jemand... Daunt Helikopter gibt's auch noch. Hat dir jemand schon ne Marker gemacht? Ja, ich hab einen gemacht. 2200 Meter. Hast du auch nen Marker, Joe? Ja. Wie sich drei Leute einfach schon den Tag verdammt haben, den Heli... Hab auch nicht mal einen gesehen. Ist aber richtig hardcore auf sie zu schießen, ne? 900 Meter. Dann ist es schwer den Heli ruhig zu halten. Ich spring gleich ab, Alter. Ja, Tiefflug ist eh mal besser. Guck mal, wenn du Tiefflug machst, kann ich so nen Dings-Fick-Truck gar nix anhaben. Weil du schon bevor... Wer hört uns? Wir sind weg einfach schon. Ich mein, in Afghanistan fliegen die ja auch mit nem Grund extra tief und nicht extra hoch. Ich steh den? Ich steh den Truck auch nicht. Ich hab auch grad, glaub ich, irgendeinen Raketenwerfer gehört. Keine Ahnung, was das war. In dem BK 500 Meter. Äh... Also ich hab... Vielleicht hab ich den gesehen, aber nicht bewusst. Ich hab ja... Da muss er ja rechts von uns gewesen sein. Da bin ich links. Ne, rechts. Ich bin links. Ja, links von uns. Ich seh ein Auto direkt unter uns. Ja, ist der Truck. Ja, ist der Spieler. Wo? Wo? Genau so stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Ja, du gut. Ich versuche stehen zu bleiben. Oh, ja. Oh, ja. Schade. Hä, der bleibt... Der wär... Äh... Ist so impossible zu aimen. Warum beredet... Essen und trinken brauchen wir. Das ist euch bewusst, ne? Ich hab viermal. Beide. Okay. Okay. Okay, flieg weiter dann. Äh... Es war wohl irrtum. Ich hab ein Auto gesehen und ich meine mir, was bewegen ist. Aber jetzt wenn ich... Wenn ich jetzt angucke, sieht's aus wie ein Busch. Ah, scheiß. Auch wieder 30 Schuss. Verschwendet für Nächte. Ab jetzt schieß ich nur, wenn ich 100% sicher bin, dass ich das Ding bewegen. So weit kann der Armut Truck doch gar nicht weg gewesen sein. Ja. Aber hier... Vielleicht landest du daneben und... Wird eingesaugt der Armut Truck. Immer daran gedacht? Was ist das? Aber wir hätten ihn halt eigentlich sehen müssen, doch? Wo ist das? Ey, da unten ist was rotes auf dem Radar. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts von uns. Scanner. Quasi jetzt... Ein bisschen geradeaus vor uns links. Da ist ein roter Punkt auf dem Radar. In der Stadt da? Ich weiß nicht, wo das ist. Ja, weil... Hm... Ja, wenn wir das finden... In der kleinen Freeline unter uns vielleicht. Die, die jetzt unter uns ist. Gerne. Weg links von uns jetzt unten. Ja, ich bin dann da in einem Auto da oder so. Seh nichts. Da steht ein Auto auf der Straße mit Lichtern. Warum Nachtsicht ausmachen? Boah, diese Kamera, ey. Das ist so gut. Ich höre doch ein Fahrzeug. Ich sehe ja, ich sehe nur eins sind mitten in dem Dorf da stehen. Ey! Machst du mal die scheiß Badezimmertür zu vielleicht? Warte, da steht wirklich ein Fahrzeug auf der Straße. Bewegt sich das? Nee. Da steht irgendwas links daneben. Fahrrad glaube ich. Mach mal einen Testschuss, ob da was rennt. Stopp. Okay. Was nun? Aircraft fragt an der Küste zwischen Tschern und Elektro. Hast du gerade erst gespawnt? Da und Helikopter oben links neben mir. Da und Helikopter ist da schon ewig. Ich will da keiner hin. Also was jetzt? Da und Tele. Ja, was kannst du denn mit diesem Laser Designator machen fahren? Fast Muted. Achso, er hatte gerade Tele. Nächstes Mal, wenn wir tanken, legt sich Fahr über Central Charges an Helikopter hin. Versteckt ist dabei. Ja, wenn wir geämbuscht werden. Rappen wir sie. Sprit ist mittlerweile unter Hälften. Ja, guck mal wie lange wir mit dem Hälften sind. Es gibt einen Schuss. Helikopter links von uns vorhin... Ne. Sorry, sorry, sorry. Oh mein Gott. Es war so ne Scheiß Lampe. Es leuchtet so einfach im Himmel. Ich dachte es wär so ein Blinken von so nem Helikopter. Unter uns bewegt sich aber ein Auto Unter uns bewegt sich ein Truck Ich sehe es auf dem Radar Dreh mal um 180 Grad Zwei Trucks Die bewegen sich Ich sehe es auf dem Radar Dreh dich mal um 180 Grad Naja Okay ich markier die mir Okay Siehst du die Straße auf die wir zufliegen? Ja Wo eine 329 steht Ja also genau die Straße auf die wir zufliegen Genau die Straße Die verlängern und gleich Flieg mal ein bisschen weiter rechts Warte ich guck aufs Radar Ja wir fliegen genau auf den zu Flieg rechts von der Straße Oh ja ich sehe es Ja shit Ja du fliegst zu Krass über der Straße Ja der fährt unter uns Ist ein MG Ist ein Truck Du fliegst von da rechts Ja ja bleib Hover jetzt Ah ne ne Oder flieg jetzt wieder auf der linken Seite Ich bin auf der linken Seite Ich hab jetzt Auto hochfahren Ja 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 Boah sch Oh Holy Holy Wackel Alter Ja muss fliegen Ja ist hinterm Wald Muss fliegen Ich sehe den noch auf dem Radar Der ist im Wald Links im Wald von der Straße Flieg auf der rechten Seite der Straße Sehen den ja auf jeden Fall im Wald drin Oh lol Was macht Maven Maven macht Einsatzkommando Ist Maven rausgespungen? Ja Er hat ejected Sorry Maven ejected erstmal Maven ist ejected? Ja Wir haben ein Fahrzeug gesehen Weil ich hab zweimal auf den Burst drauf geschossen Das ist im Wald noch Na ja Hier im Wald links von uns Ja mein Vater Das ist ja mein Bruder Das Telefon gegeben Mein Vater war dran Der sitzt im Bad Auf dem Klo Hat den Tisch hingestellt Und kackt Und lärmt einfach Kann man sich gönnen Oh Im R-Schuss Ja ich glaube der ist hier im Wald Aber ich sehe das Fahrzeug nicht Oh ja wir werden getroffen Kling Kling Wir werden die ganze Zeit getroffen Nur ein Rocket Loungeer What the fuck Da war ein Rocket Loungeer ne? Wo ist das Ding? Man Man wird mir angezeigt Unter uns DMR vor uns Ja ja An dem Truck? Boah wir werden die ganze Zeit getroffen No shit Da unten rechts ist irgendwas ein-explodiert Der war dann rechts auf der Straße Nicht links Der hat dann die Seite gewechselt So ein paar nicht geupdatet Hier ist doch einfach mal Ne Ich dachte schon Hier ist das Hefe Müssen wir nicht irgendwie zum Maven zurück? Was macht der Maven eigentlich? Ich weiß nicht Keine Ahnung Richard springt einfach raus Flieg jetzt einfach linke Seite Jetzt geradeaus Ja genau so Jetzt geradeaus Wie immer nur Finn Garnerspielen da Kann aber die Landschaft gewinnen Oh Maven ist richtig nah an dem dran Na Maven Du bist vielleicht Oh Er schießt auf mich Okay Suppresse Für Maven YOLU Ah Betroffen Ah das ist schon wieder der Der mich an der Küste aufgetötet hat Ja Ich habe keine Chance ihn zu sehen War da ein Wald drin Maven? Maven ist schon weg Wie schon weg? Er hat seine Headset hingelegt Habe ich gehört Ja oder? Egal wir fliegen jetzt zum Frank Er ist 100 Können wir brauchen Ja Ah ist das ein scheiß Pickup Da ist auch jemand an dem Fahrzeug Was auf der Map ist Ja ich habe ein paar Mal raufgeschossen Hau ihn jetzt einfach rein Und eh noch kaum Munition Für das Scheiß irgendwie Ich habe noch 80 Schuss Ein Magazin Jetzt müsste es gleich wieder auf einmal ganz plötzlich Es wird ja richtig plötzlich hell So einfach So hell einfach So war es auch Wie fliegen es ist Aber Nacht Man weiß aber auch echt nicht Mal auf Maven einfach rausgesprungen ist Wie der letzte Kommando Passen ja noch ein paar Leute eigentlich rein in den Heli bestimmt oder? Ja Einige auch 6-7 Leute noch Dann kannst du richtig tief fliegen und so eine richtige Reihe machen So eject 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 Naja Aber es ist hell genug Bist schon Tag Bist schon Tag Bist schon mal sein Bist schon mal sein Das war schon Ja da ist jemand Oh Tag Oh nein Du bist zu weit Das ist Tag geworden Fliegst zu eng Ja besser Da steht ein Truck Ich habe Autor umarm gemacht Sorry Oh ja ist wirklich Tag Macht nach sich aus John John dreh mal nach links Dreh mal nach links Warte ich sehe gerade nichts Nach sich Dreh einfach Die fahren gleich weg Ja stop 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 vision Ich feuere mal Boahjaha wie du sie trifft Bist sie höher Ja Z cervalterть Hopp Sehe keinen Huch number니다 Nehmen wir uns auf den Heli Nehmen wir uns auf den Heli Links Der rechts Mach doch was du focusing Rechts 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 Fick ihn Fick ihn Fick ihn Jetzt Fick ihn oise abgängig ist jetzt ab und da liegen was da nicht was glaube ich neben dem rechts von moral zweimal immer bis in der rand vielleicht ich habe da auch zu du musst du richtig baggie mit rechtsklicken machen ja ja explosion explosion aus glaube ich der heli sehen wir das nicht rechts von moral gegen zwei sachen drehen mal für mich ich habe so ich habe zum fahrt kann so doch schafft sie aber auch so ein extrem oder flieg einfach in die mitte guck einfach mit damit darauf haben wir beide drauf schießen ja ja so ist gut ich kann so gucken ja ich sehe das recht ist es läuft sogar ich habe genau rauf gebürstet also die amokisten wie idioten aber da muss er trotzdem noch ein spieler seiner warte bewegt sich das gerade bleib mir stehen bleib mir stehen bleib mir stehen nein nein der typ da werde ich glaube da liegt was bleibt stehen ich glaube das ist ein dude das ist ein ich weiß nicht warum den stopp der wird tot wir haben keine hat das immer noch hat das immer noch hat das auf jeden fall ein spieler es gab es ein toter bot als ob da nicht im fahrzeug ja da liegen auch kisten der beste das hat viel besser kameras ich werde so gefickt ich weiß noch jetzt schon ach das war der heli er ist losgeflogen und wir haben ihn gefickt einfach wahrscheinlich oder kann sein da sind zwei tote die da liegen ja das können auch wortze aber da liegen keine kisten wo liegen denn die kisten das ist schweizreich was waren das hier überhaupt ein heli die haben da bin ich der hat eingestiegen losgeflogen ich habe ihn zerschossen aber das kann sein aber wo kommt der truck dann her ja er ist damit hingefahren ach so das waren da und die jetzt traf ich es war tatsächlich ein ansicht aber hier unten liegen auf jeden fall essen und so essen und trinken das war mit ich habe nur noch 30 30 ich lande meine ja dann könnt ihr euch die sachen ja holen ja ja natürlich ich will die leiche looten sie verschwindet sie hat nacht sich dreht und alles alter pkm mag oh ak mag das boah es ist zum kotzen hier lag eine dicke leiche alter und dann ist sie einfach als ich sie looten wollte versunken ich brauche eine andere waffe ich habe nur eine m24 man da ist noch eine ak su drin aber findet die magazin ja ich brauche ich meine heli gedau'nt irgendwo alter der ist doch 300 meter wird weggedau'nt irgendwo im wald der typ ist ja auch vorher rausgefallen leg die magazin hier wieder rein ja wobei jetzt ist wieder tag jetzt kann ich ja eigentlich die m24 wo ist denn das essen hin ich habe alles rausgegessen capture base wollen wir nochmal capture base machen group of dangerous cars cars survivors alter beste bin drin nicht real gunner ich bin real gunner ich bin real gunner John John wir sind so army leute John er ist so ein penner mit so ner jeansweste er fliegt zu den heli penner mit ner jeansweste ich bin doctor alter hä maven ist da maven ist bei der capture the base redet der maven naven hallo ja gehst du zur base wir haben übrigens hatten ja ich hab grad eh da ne wollen wir nicht in der nähe des frags landen und das guck ah ne da ist ja nichts der typ dem typ müsste ich noch finden der irgendwie aufm boden gefallen ist aber ja poste wirklich ah ne lass drauf scheißen na doch da liegt er liegt da wo ich grad verraten das fragt dürfte man ja sehen eigentlich das ist irgendwo in den wald da hinten gefäßt er ist wollte er eigentlich suicide machen er kam so auf uns zu nein er hat gestartet und hat ne kurve gemacht ne großzügige und dann kam er auf uns zu weil er rübergeflogen ist und hab ich ihn rausgeschossen blut aber nur einbürstig sehe so wie er rausfällt ich dachte es wäre der helikopter dem vorhin also gun gun down helikopter sind einfach immer richtige helikopter ich mein da unten ist das fragt oder ja aber am frag ist ja nichts da ist ja nichts hier unten ist ja ja da ist das fragt auch ein geiles aussie wo ist denn das? rip nach dem wald ruhig eingearbeitet in dem boden ok jetzt erstmal checken wo müssen wir hin? capture base maven abholen 5km maven ist schon fast da ja die macht mir da genau nochmal markierungen auf die base dann verliere ich immer nicht den Überblick wir hätten halt nen ammo truck gebraucht unbedingt ja das wäre echt wichtig das hätten wir alles voll das hätten wir losfeuern können ja aus drei lächern alter krass das ist einfach mehr so nach vorne und nach hinten ist halt geil wenn man jetzt hier noch einfach mit akastro rausschießen könnte so aus den glücklöchern mit dem ganze ding voll und beim fliegst der deflux bfff alle 6 und 4 sind drin oh was sind unter uns war ne enemy area aber das sind wir selber ne da war tatsächlich aber wirklich ein spieler contractor 1 war da ne im gunstore ne weil diesmal sind wir ja in ner grob vielleicht sind wir dann keine enemy player mehr ne ne es war auch ne unknown weapon 10 o'clock 500 armoured vehicle wo ist das ah elektro alter holy shit wir sind jetzt grad nicht auf dem arm siebenhundert meter noch darfst die bellen und dahinten ist may wir keine player ah da müssen bots sein eigentlich haben wir rechts noch ammo also haben wir rechts noch ammo ja ich hab noch ammo ich hab links auch noch ammo aber noch 60 schuss oh john ja ist auto over muss ich machen weil sonst geht das mit dem schießen überhaupt nicht kriegt die jetzt die bots und die sind tot glaube ich ja nein da rennt einer da rennt ein bot an der die griechen oder also in der base nicht ein bot rennen an sich einfach nicht schlimm ja ja oh ja da sind richtig viele john kannst du ein bisschen nach links zurück ist da ein fuel truck ey ich spring mal raus jungs ja ja wir schießen noch auf bot ich weiß nicht warum aber der heli drehen sich von alleine immer irgendwie nach rechts naja da ist auf jeden fall ein auto auf der straße ne auf einmal habe ich recht auf einmal habe ich recht und dann habe ich keine die jack da auch schon ja da rennen doch noch welche rum oder naja da liegt auch du hast keine ammo mehr oder was naja doch drei schuss warte den einen hole ich noch fuck alter ich brauche high ground ja mal hoch schießt du hin kam dann schon an so ja du hast rum mit dem weiten ja ich sehe da auch schon genug er rennt ja 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 ist der letzte sollte der letzte zu retten hab ihn getroffen ich hab ihn nein oh da kommen mit zwei bots aus loll sind ksk leute ja ja ich geh schon mal runter und ich lande einfach neben der basis ja du risk nur mach 11 kommst du auch ran loll ich finde du bist ja genau neben mir what the fuck lächerlich da krabbelt noch ein bot vorne shit ich werfe eine grenade drauf ist tot vorsicht die granate ich muss auf jeden fall noch ein bot nehmen oh oh alter was zum teufel ist das denn ey ich bin gelandet engine M rot und inst ist rot ja ich hab ein repair kit ich hoffe ja dann repair den mal ganz schnell nicht dass der explodiert was auf der leben noch bots sicher er kam keine message das ist ein wirklichen fuel truck man nice das ist ein fuel truck da sitzen bot am wo ich hab keinen repair kit 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 da ist noch einer ich glaub da ist noch einer man ich glaub da ist noch einer man ich glaub da ist noch einer man dann renne ich jetzt erstmal ein cover hier ich hab keinen admirale es geht auch nicht mehr ich hab keinen pullet der schießt der hat getüpt oder so der schießt ah der ist am schein nein nein das ist ein player tot nice ich geh in die base rein mission complete okay hier ist eine waffenkiste erst mal auf munizien ja hier ist richtig trinken jungs ja was eine waffenkiste m4 holen und dann nehme ich direkt mal aus gucken was die ksk auch mal ein trinken nämlich die nämlich ist doch lecker hier ist nachtgesicht geräte in einem der kann die ksk leute haben glaube ich alle nachtgesicht geräte vorher g36 nämlich liebe ich hab mir 60 für das antifahrzeug was kann man denn hier mit dem truck machen aber alles voll mit waffen m203 he ist drin für 36 alles und dinge das kann man ja gar nicht mit nachtgesicht doch das kann man mit nachtgesicht gerät benutzen ja beste leben nämlich die holo wieder und da tubs und da ist m4 a3 a3a kock granatenwerfer drin tschüss ich habe kein gehört und nenne ich dann war jetzt und jetzt vielleicht was sie aber schnell machen gar nicht cool dass wir einfach so den heli hier muss unbedingt repariert werden in dem hier genau hier liegt auch noch ein rangefinder wir können die waffenkiste in heli laden ja dann nehmen die mädchen packt die rein was was geht denn hier wir können jetzt hier alle helis doch kaputt dachte ich deshalb rot ich weiß nicht fliegen können wir sicherlich noch aber der viele jetzt kriegt er nicht mehr bis der hoch geht da kann man nicht hier an dem ding tanken eigentlich ja eigentlich sollte das möglich sein aber ich kann meinen jerry kann nicht auffüllen okay ich war kurz mit dem jeep nicht erschrecken ich habe da die die waffen reingeladen und jetzt falsch die zum heli keine ahnung was mit dem dingens truck hier los ist immer rein setz ich mir vielleicht rein ja hab ich vielleicht kann man daneben fahren und er wird dann aufgefüllt oder so ich mach das mal machen kann man einer wasserkanister und trinkkanister mitnehmen wasser und trinken ja ist drin im heli die waffenkiste ja wasser und trinken natürlich wasser und essen meine ich trinken und essen ja irgendwo was zu essen weiß ich nicht wir sind zwei wasser dinges bottle das nur gott ab doch das wird auch so automatisch aufgefüllt manchmal okay lassen lassen weg fliegen oder hier ist ja nichts mehr sonst hilft da nicht was reinsteppen warte mal kurz was ist das für ein mg ich bin ein typ für ein granatwerfer alter ich bin hier so krass weg alter hast du schon das gear von dem ding hier reingeguckt ja habe ich was mache ich denn hier für eine retard wow mit arcock alter geil viel geiler oh der wagen bewegt sich holy shit der der heli ist voll mit sprit reinste drin ja ich wollte gerade sagen wir brauchen eine heli engine aber ist ja gar kein ds kann man so ganz doch kaufen müsste gehen ja das jetzt unsere mission ich mache ich gehe jetzt ich nehme den jeep hier und fahr zu den leichen hoch und guck ob die hatten wir müssen dann uns so lange hier in der basis verbarrikadieren das ist zum glück unser vorteil aber die ist in jeder richtung einfach in mg warte ich stelle das mal wieder gerade hin kann man das nicht in den hubschrauber montieren dann dieses brrr brrr ja dann aber bitte für den piloten nach allen laden kannst du es montieren so einfach ist ja so krass ich habe so die geile waffe was das denn ich habe sogar so ein laser ding wie macht man das an warte wie meintest du mit mit zero ne konntest du wiser switchen habe ich zwei ja ich habe einen ironside eigentlich noch aber es geht nicht hier haltet die augen offen jungs der hat den zampfen der eine typ diesen automatischen granat werfen hat den den holten 32 ach so den den richtigen automatischen und der mit der kammer unten dran alter dass das hier das sollten wir in den heli packen hier kann man das ist das dinge jerry can dran wie fühlen wir fühlen wo an diesen an diesen dingern hier ich muss erst mal pissen also da hinten liegt ein helikopter ne wo wenn ihr genau nach westen nadel auf 300 dann bisschen weiter na ganz weit hinten auf dem hügel kann das sein dass der ist den wir von abgeschossen haben keine ahnung